Auf diesen Tag hat die Gemeinde der Nokia-Fans lange gewartet. Das neue Flaggschiff der FIN läuft aus. N97 heißt es und es zeichnet sich vor allem durch großen Touchscreen aus und durch eine Volltastatur. Die Tasten des Keyboards sind zwar nicht ganz so groß wie auf dem Communicator, ragen aber recht weit aus der Oberfläche heraus, weswegen sie trotzdem noch gut zu erwischen sind. Auch die Druckpunkte gehen gerade noch so in Ordnung. Alles in allem also keine Meisterleistung, aber in der Praxis trotzdem noch nutzbar. Der Clou des N97 ist vielmehr das angewinkelte Display, das damit stets optimal zum Betrachter zeigt. Und stellt man das Gerät auf den Tisch, dann kommt fast schon so ein bisschen Notebook-Feeling auf oder Communicator-Feeling, wenn gleich das N97 in der ganzen Ecke kleiner und leichter ausfällt als das E90. In dieser Position stellt das N97 auch einen respektablen Media-Player dar. Auf dem hellen Bildschirm mit einer Diagonale von fast neun Zentimetern lassen sich sogar ganze Filme betrachten. Die kleinen Lautsprecher hier vorne auf beiden Seiten liefern dazu einen beachtlichen Sound. In puncto Ausstattung bietet das N97 so ziemlich alles, was das Herz begehrt. Von AGPS inklusive der automatischen Ausrichtung des Kartenmaterials durch den eingebauten Kompass bis hin zu einer 5 Megapixel-Kamera mit Autofokus und Zeiss-Objektiv, die ansehnliche Fotos schießt. Der Sound des MP3-Players ist sogar ganz hervorragend. Der kürzlich gestartete Ovi-Store kann leider nicht an den App-Store von Apple heranreichen. Von den laut Nokia rund 20.000 gelisteten Programmen sind nämlich bei weitem nicht alle für sämtliche Handy-Modelle geeignet. Bei Apple hingegen laufen fast alle der 35.000 Anwendungen auf sämtlichen iPhone-Varianten. Außerdem liegen die Preise erheblich höher. Klingeltöne kosten meist 2,99 Euro, teilt sogar 4,99 Euro. Dafür gibt es aufs iPhone schon komplette Spielfilme. In dieser Konstellation also gewiss keine Konkurrenz für Apple und Android. Äußerst gelungen ist hingegen der komplett neue Startbildschirm. Hier lassen sich jetzt erstmals auch richtige Widgets einbauen. Kleine Mini-Anwendungen wie beispielsweise eine Wettervorhersage oder die Direktsteuerung für den MP3-Player. Fünf solcher Anwendungen finden hier Platz. Auch zu Wecker, Kalender und Profilauswahl gelangt man jetzt mit einem einzigen Klick. Ein Riesenschritt also im Vergleich zum ersten Touchscreen-Handy von Nokia, dem 5800 Express Music. Das grundsätzliche Problem ist jedoch geblieben. Die Steuerung des Touchscreens nämlich klappt nicht annähernd so geschmeidig und spielerisch wie auf dem iPhone. Die Darstellung ruckelt und man kann die Listen nicht anstoßen, um schnell zu scrollen. Vor allem aber ist manchmal ein Einzelklick erforderlich, wie hier im Hauptmenü und in Listen dann meist ein Doppelklick. Ich muss als Anwender also permanent überlegen, wo ich jeweils gerade bin und ob ich einmal oder zweimal klicken muss. Das ist glinde gesagt kontraproduktiv. Das N97 stellt also keine Konkurrenz für das iPhone dar, obwohl es sehr viel bessere Fotos schießt und der MP3-Player einen nahezu ebenso satten Sound liefert. Mit der Volltastatur und nahezu kompletter Business-Ausstattung sehe ich sein Potenzial eher als mobiles Büro, quasi ein Mini-Schrumpf-Subnotebook. Ich persönlich würde mir das N97 trotzdem nicht kaufen. Mir wäre schlichtweg die Touchscreen-Bedienung zu nervig.